Wie zitiere ich direkt oder indirekt? Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Zitaten. Direkte Zitate und indirekte Zitate. Direkte Zitate kennen Sie mit den Anführungszeichen. Da übernimmt man den Text aus der Quelle eins zu eins, ohne jede Änderung. Selbst wenn ein Fehler in der Urquelle sein sollte, übernehmen Sie den. Das kennzeichnen Sie durch dann ein SICK mit Ausrufezeichen in eckigen Klammern. Das sind also direkte Zitate. Die sollten Sie eher selten verwenden und nur dann, wenn der Autor, die Autorin etwas besonders prägnant oder originell gesagt hat. Studierende zitieren sehr gerne direkt, aber es ist eher so eine Form von Arbeitserleichterung und das ist kein guter Grund für ein direktes Zitat. Überlegen Sie sich immer nochmal, ob Sie das Ganze nicht lieber in eigenen Worten sagen wollen. Das sind dann die sogenannten indirekten Zitate. Bei weitem die häufigste Form zu zitieren in wissenschaftlichen Texten. Hier formulieren Sie den Gedanken, die Idee mit eigenen Worten. Die Fachbegriffe übernehmen Sie natürlich eins zu eins, aber den Rest, da greifen Sie auch das raus, was Sie brauchen oder verdichten es oder reichern es mit eigenen Beispielen an. Weitere Informationen findest du auf der Webseite des Schreibzentrums. Eine Produktion des Schreibzentrums der Technischen Hochschule Nürnberg, Georg Simon Ohm. Die Fachbegriffe übernehmen Sie die Schreibzentrums der Technischen Hochschule Nürnberg. Die Fachbegriffe übernehmen Sie die Schreibzentrums der Technischen Hochschule Nürnberg. Vielen Dank.